und damit herzlich willkommen zu einem weiteren angezoggt hier auf dem kanal wir schauen uns heute viewfinder an ein spiel was vor kurzem herausgekommen ist und es mich sehr interessiert hat und der entwickler hat mir dankenswerterweise ein key dafür zur verfügung gestellt aber was ist viewfinder eigentlich hier vier vierter ist ein abenteuerspiel wo fotos lebendig werden und wo man sehr mit der perspektive arbeitet was heißt denn das ganze gute frage ich würde sagen wir schauen einfach direkt mal rein sagen neues spiel und los geht's und genau so startet das spiel ohne große erklärung einfach mal entdecken schauen was wir hier so alles so finden können zum beispiel die dinger hier ok ich glaube hier war schon etwas länger keiner mehr das ist eine sehr gute frage und jetzt kommt das erste spielfeature wir können zurückspulen wenn wir irgendwas doofes gemacht haben und das kann man vielleicht aus dem ein oder anderen spiel auch schon und können dann quasi jetzt noch mal neu versuchen ähm die frage ist brechen die anderen hier auch ein nein das tun sie nicht und da haben wir das erste foto die finden wir auf unterschiedlichen plätzen und das können wir nehmen und dann einfach in der welt platzieren das ist uns freigestellt wo wir das machen beispielsweise wir schauen uns das foto so an und die linke maustaste und jetzt kommt der brain fuck wir haben die realität verändert das foto ist das foto ist jetzt quasi in der realität und so können wir halt dann weiterkommen oder neue sachen entdecken das ist das totaler hirnfurz aber mega geil und dann haben wir hier diese weißt du dass es ein teleporter ist und schon sind wir da und es gibt natürlich dann auch riesen zu lösen wie das hier ist ein teleporter er braucht mehr saft nämlich drei batterien das ist eine davon die stellt man einfach nur hier hin und wir suchen jetzt mal die andere wer auch immer hier mal gewesen ist der hat gern gemalt so batterie nummer zwei stellen wir auch mal da hin und wir haben wieder was zu machen oh you know i cannot stand these types of activities here i am my love please hold still what do i even do with my hands just relax them and try to smile a portrait in a digital landscape tell me is this technically traditional or digital enough questions stop moving smile mal schauen ob wir da die eigentlichen Leute hier wieder treffen die hier die Aufnahmen gemacht haben das dürfte sie gewesen sein schöne Dame oh das ist so cool hier einfach mal einfach mal ein Foto lebendig werden lassen ok weiter geht's und was ich im Trailer so gesehen habe können wir dann später auch selber Fotos machen und die Fotos dann gerade wieder verwenden ähm ok das Foto ist offensichtlich falsch rum ich könnte es aber einfach wenn ich will trotzdem so platzieren ich kann damit noch nichts anfangen also gehen wir wieder retour und machen es richtig rum wir können es dann einfach drehen oder wir können wenn wir wollen es auch so ein bisschen schräg hin tun ach das geht Hauptsache wir können damit umgehen ok noch ein Foto ähm hier so Alter das ist die Perspektive ne holen wir uns mal die bei der oh ok ich kann hier ok alles klar ich will das mal probieren was passiert wenn ich hier einfach runter fliege ok ok ich fliege einfach das ist sicher ich bin die beiden drücke da 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 weiter geht's teleportieren ähm ja schon ich glaube das könnte das ja wer ist der andere ok wir haben mal das Bad gefunden mit dem Teleporter der gesperrt ist ja da auch ok ich glaube das ist irgendwie so ein Hub hier haben wir hier Kinder oder ist das einfach nur für ein Style dass hier mit was Sand drauf ist oh ok also wenn wir wollten könnten wir hier noch ein bisschen chillen uuuh das ist auch mal eine nette Area hier ich will nur noch irgendein bisschen beamen oder so aber das sieht geil aus hier der einzige was ich vermisse wo ist die Küche da ist ein Hobbyraum this must be the next stage let's go yo ok alles klar ah ich kann dich nicht nutzen immer angefangen im Bild aber nicht fertig gemalt nein 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 oder von der Brücke ok wenn wir das jetzt richtig nutzen mit der Perspektive sprich so haben wir hier eine Brücke ah das ist ah das ist so die coole Mechanik auf die Idee muss man erst mal kommen und da das nächste ein Tor machen wir ein Tor dahin wo vorher keins war nice so und genau bis hierhin hab ich mein Angezockt für mich gemacht um zu wissen wie das so ist und ab jetzt weiß ich doch nicht mehr ob es weiter geht eben zum Beispiel auch hier einfach mal so ein Foto zweckentfremden damit wir hier rauf könnten und jetzt wird es neu und ich sehe schon wir haben wieder irgendwas mit einer Batterie hier ah da drin ist die Batterie was ist das das ist gar nichts ok wer baut denn hier sowas dass man hier gar nicht rein kann Foto Wolken das sind alles Fotos ok hier entsteht ein Schatz kann ich jetzt einfach ähm das war vielleicht keine so gute Idee ich glaube ich muss das so machen dass die Batterie dabei heile bleibt joo das hat funktioniert ok Batterie Nummer 1 so und irgendwo hat es hier noch eine ok das ist so schräg wo ist die nächste eventuell irgendwo hier drin oh ja haha geil boah das das könnte aber dann noch interessant werden wenn wir uns da so ein Gebäude einfach ein bisschen reinschleichen müssen die offensichtlich eigentlich keinen Eingang haben na gut weiter hier es ist nur ein Tele ok das ist weiter weg und wir verlieren die Bilder von der freudigen Stage oh ok nice einfach mal hinsetzen Ende haha geil ah man ich habe eine schon vergessen beim Angezug da wo das Haus gewesen ist da war auch noch eine Ente ah die habe ich jetzt gar nicht gedacht ich arbeite zur Zeit an einer Bilderserie die jedes Bild in einer von einer was einen von uns tausche so ist es gut der Verlauf der Geschichte festhalten die Reihe erweckt allerdings eher zurückhaltend und Miran hat das Gespräch gänzlich gemieden ich muss Chi loigen um Unterstützung er hilft mir aber nur wenn ich ihn in Mayong schlage was total unfair ist hoffentlich kann ich mit Hilfe eines süßen Kätzchen irgendwie schummeln manchmal ist ein bisschen Trickserei ok besonders wenn es um höhere Zwecke dient wieder Kunst so wie hilft uns das Foto weiter wir müssen irgendwo da rüber ok da kommen wir schon mal ein bisschen in die Richtung ok das wiederholt sich mit wem redest du da ok also was zum was was zum was zum hä ok old tech old tech und wo sind wir wer sind wir ist da drin noch jemand anderes ok 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 was ist das Ähm Und jetzt? Lol Erstmal alles auskalken Alles klar Und jetzt? Alles wieder okay, passt Glaub ich Wenn man so alles selber neu startet Mhm Lol Gibt's? Okay, ich geh dann einfach wieder rein Alles klar Sind wir irgendwie ein Forscher oder so? Suchen wir jemanden? Also dann wissen wir, dass das hier alles nur Digital ist Fürs Erste Einen Moment, ganz kurz So Bin wieder bei euch Oh, wir sind hier wieder Also das ist einfach das gleiche nochmal Was ist, wenn ich genau Das gleiche nochmal mach Was ist, wenn ich genau das gleiche nochmal mach? Schauen wir, wenn ich jetzt mal hier Bisschen weiter nach vorne geh Der Teleporter wurde zerst- Oh Okay, das geht Ja, theoretisch Was? Ach, nö So Alles klar Und ich glaub, da müsste ich jetzt rüber springen können Oh ja Okay, da ist nicht mehr viel überblieben Okay, weiter geht's Ah, ich glaub da hinten Ne, da hat's nichts Weißt du, eine Art Bibliothek? Mit ein bisschen mehr Wand da ist Wie Büchern Oh, noch einer von denen da Ok, das sieht ein bisschen schräg aus Aber okay Das ist sowas Oh, noch so einer Oh, wow Also, wir begehen auch Nein, nicht im Ernst Ähm Okay Okay Okay, auf das bin ich jetzt gespannt Wie das jetzt gleich wird Ja, okay Wie kommt man nur auf sowas? Und hat's hier Hm Oh, ich kann hier Ja, nee, ist klar Ich kann das aufmachen Oh, das Erinnert mich Ah Jetzt den Namen Mir fällt der Name nicht mehr ein Aber Geht so Richtung Doom-Style Oder Diablo Diablo in First Person Kassen Okay Wollte ich da was machen? Okay Ja, kann nicht Oh, Moment einmal Da unten ist was Da gehen wir mal zuerst hin Okay Das sieht wieder Halbwegs Moment einmal Das ist doch der Ort Wo wir hergekommen sind Nur, dass Das vorher nicht da stand Okay Ziemlich crazy Eins von vier Oder kann ich jetzt da Oder kann ich jetzt da Aussuchen Wohin Ah Ja, okay Ich kann aussuchen Wohin Okay, das wäre dann Das Sind die anderen Teleporter jetzt frei? Nein, das ist Level erneut besuchen Wo ist denn der andere Teleporter? Bist du jetzt frei? Oh ja Sehr gut Okay, wieder so ein Ding mit Was ist das? Fotokopierer? Fotokopierer? Ich werde es testen Okay, ich kann die ganzen Gemälde mitnehmen Wollte ich die alle da rein machen? Äh, lol Warte mal Mit Kuh Ich glaube ich mache da jetzt mal Von allen irgendwie Ein Foto Also beziehungsweise Kopie halt Mal schauen, ob mir das Irgendwie was bringt Da haben wir noch was Oh, die erste Batterie Äh Hier rein Nein, Moment Das da Wenn wir Wir fragen was Zweimal Das werden wir kopieren Äh So Und dann müssten wir Eigentlich zweimal Batterie machen können Und wie schön wir sie da Irgendwie nachstellen Ja Die Kopie wird halt Irgendwie schlechter Wenn man es halt kopiert Einmal du Und einmal du Und das war die Lösung Nice Ab zum nächsten Okay Irgendwie darüber Und wieder nochmal So eine Voice Ähm Ich mache mal eine Kopie Schauen wir mal Ähm Wir machen Nö Ach nee Moment einmal Ich habe eine Idee Was ist wenn wir So machen Aha Das funktioniert War nicht daran gedacht Im ersten Moment Dass wir das hier auch Drehen können Wasser muss nicht riechen Ich musste immerzu Darüber nachdenken Werde ich Raya heute zu sein Ähm Wie sie ihre Pflanzen pflegte Dieser Ort macht süchtig Und das gleicht Die Fehler aus Den wir Hier begegnen Wir erschaffen Schönheit Aus dem Nichts Die einige Aber nicht alle Unsere Sinne anspricht Streng genommen Ist unser Code Ein technisches Wunderwerk Und nichts begeistert mich mehr Als neue Strukturen Zu entwerfen Aber vor lauter Staunen Vergisst man leicht Wie ein echter Blumeriecht Und ich will nichts vergessen Prototyp Okay Ähm 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 Ja und jetzt Hat es dir Da ist ein Teleporter Da oben sehe ich gerade Wie komme ich da hin Ähm Hast du schon eine ganze Zeit da Okay Ich glaube Warte mal Geht das vielleicht Ne das ist zu weit weg Das passt mit der Perspektive nicht Ähm Wo Könnten wir das So vielleicht Ne Da ist mega weit weg Vielleicht Wenn wir das Von hier unten machen Das sieht schon Richtiger aus Yes Und weg geht's Oh was zum Oh was zum Was zum Okay das wird immer verrückter Hier Aber ich mach's Ich muss Ich muss Ich bin Surprins Dass du es so weit getroffen hast Es war Etwa Seit jemandem Wanderr Arand 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 Sorry, falls ihr im Hintergrund da Baustelle hört. Level abgeschlossen. Optionales Level abgeschlossen. Hat es noch eins? Wo ist denn hier noch eins? Den haben wir. Ich muss mal ganz kurz muten. Einen Moment. So. Ah, das ist furchtbar mit der Baustelle. Bist du... Ja. Ah, das ist furchtbar. Liebe Leute, ich mache mal ganz kurz hier einen kleinen Cut. Das ist sonst ein bisschen zu viel fürs Mikrofon. So, da bin ich wieder. Die machen, glaube ich, gerade mal eine kleine Pause. Ah, das ist wirklich furchtbar mit der Baustelle. So. Das sieht irgendwie aus wie Willy Wonka Schokolade. Ah, Foto. Ich würde sagen... Das kommt hier rein. Ich würde sagen... Ich würde sagen... Wir platzieren das Foto nochmal. Moment einmal. Das muss... nach links gedreht werden. Also, was mache ich denn? Ich kann auch einfach mal rückspülen. Okay. Also... So, glaube ich, ne? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber war das so? Yes! Ah, sehr geil. Ähm... Probier's einfach mal. Okay. Das wird halt einfach... immer schräger. Okay, was ich da zusammenbastle. Ähm... So. Vielleicht. Hätte da was gewesen? Ja, da ist ein Foto. Oh. Okay. Ich weiß halt nicht, ob das... richtig ist, was ich da mache. Ähm... Ende. Kannst du zumindest sein, dass ich da irgendwo freuen würde. Hehehehehehe. Ähm... Ja, und jetzt? Gibt's hier wieder so einen Abschluss-Teleporter? Oh, ich glaube, jetzt haben wir hier alles gesehen. Wir könnten das letzte Bild halt nochmal andersrum drehen. Ich glaube, das probieren wir jetzt auch mal. Ah, ich kann einfach... doppelt zurück. So, und jetzt drehen wir das einmal so rum. Dann sind wir hier. Äh. Und... Moment. Das ist jetzt immer eine Wiederholung. Ja, okay. Was ist das zusammenbastle? Ja, es ist... Immer eine Wiederholung. Habe ich da bei dem Teil irgendwas übersehen? Ich kann's ja eigentlich nur so platzieren. Okay, wir gehen nochmal durch. Äh... Wo war... Ne, das ist schon mal falsch. Hier gibt's nichts. Wir haben nur die Plattform hier oben. Nein! Gott sei Dank ist Rewind a Thing. Ja, ich glaube, das ist effektiv gewesen. Hier ist einfach nichts. Okay, ja... Okay. Hat mal... Nein, das war das... Ja, das war das eigene. Kann ich jetzt... Kann ich hier einfach wieder... Ne, es muss ein Teleporter haben. Okay, also das hier... Nochmal so. So, dann war das Foto. Aber bei dem geht's immer die Schleife. Hä? Ich mein, Spaß ist halber... Mach's jetzt mal so. Okay. Äh... Das hat gar nichts gebracht. Oder hat's hier oben was? Ne. Hm... Was möchtest du von mir? Hier ist doch absolut gar nichts. Oder vielleicht irgendwie auf die Säule in der Mitte springen? Hm. Was übersehe ich? Was übersehe ich? Und ich glaube jetzt nicht... Ich mein... Hier war vermutlich irgendwie mal ein Raum, aber... Dass ich es hier vielleicht anders platzieren muss. Äh... Aber jetzt komme ich doch zu dem Tisch da. Moment. Ist das vielleicht irgendwie eine Lösung? Dass ich... Nein. Das ist es auch nicht. Und wenn ich es so mache, dann ist oben... Ja, dann ist alles in der Perspektive weg. Hm... Hm... So vielleicht irgendwie, dass ich jetzt hier hoch kann. Ja, aber bei der Aufstieg ist irgendwo da ganz da hinten. Was kann ich mit dir anstellen? Ja, okay. Jetzt bin ich da oben. Ah. Und wieder zurück nach hier. Nö, das glaube ich jetzt auch nicht. Ähm... Hm... Ansonsten... Hier versteckt sich auch nichts. Was willst du von mir spielen, dass ich das tue? Was haben wir die Inception hier? Hm... Ich... Ich komme nicht raus. Okay. Spiegel, was willst du von mir? Oder doch irgendwas hier. Hm... Oh, Moment mal. Ah. Teleporter. Äh... Da müsste ich am besten immer nach unten gucken, oder? Lol, das hat funktioniert. Okay. Ah ja. Das ist das Ding. Okay, ich will mir jetzt da noch die Station ansehen. Moin. Ich meine, als Eisenbahn-Fan müssen wir natürlich da mit... ...was auch immer das hier ist fahren. Moin. Es gibt viele Dinge, die hier zu tun haben. Hast du es geschafft, das zu explorieren? Äh... Ja. Oh. The train will take us to Haraya's Station. A place where science and art meet nature. Aran was a brilliant designer. All the lovely artistic elements you see are all thanks to his handiwork. Though his colleagues were just as amazing in their own right. Their work was always said to change the world. Or so they said. Often. Oh, ich bin Cade, by the way. Ein artificial recordkeeper, entwickelt by Mirren, um dieses Ort zu behalten. Ich werde hier, um dich in any way, wie ich kann. Und ich freue mich, was du gefunden hast, zu sehen, was Wunderschöne, die du erkennst. Vielleicht du sagst, bitte Lösung? Ne, vermutlich nicht. Okay, und da wird es dann auch noch weit. Okay, da haben wir schon mal die Musik-Area hier. Was? Sieht nicht gesund aus, aber für die Welt ist es vermutlich total normal. Okay, da haben wir schon mal den Ersten. Ah, und da ist dann auch die Küche. Bisschen spärlich eingerichtet. Ja, wo war ich? Hier geht es weiter. Sieht halbwegs okay aus. Ja, also mit der Küche könnte ich arbeiten. Okay, und hier Wissenschaft. Hey, das haben wir doch schon mal gesehen. Gartenabteilung. Ja, dann schauen wir doch mal rein. Oh, schön hier. Äh, Eimer? Nö, mit dir kann ich nichts machen. Mit dir auch nicht. Warum? Moment mal, ist das wieder so ein Perspekt? Okay. Ah. Aber. Gut, nee. Warte mal, ich kann einsetzen. Nein, das bringt nichts. Was bringt mir das, dass ich das da so ansehen kann? Was steht denn da? Ich werde es nie als selbstverständlich ansehen, das eigene Werk zu betreten. Aber wie kann ich es betreten? Oh. Okay, jetzt zu finden. Alles klar, es regnet. Moment. Ah, das ist nichts in meiner Perspektive. Geil. Ah, sagt bloß, es kommt wieder der nächste Reset. Okay, wir müssen irgendwann auch da oben. Moin. Okay, was ist... Jetzt, richtig. Geil. Ah, ich frag mich schon... Wer ruft mich an. Oh, thank God, you answered. Uh, it's me. I don't know how it happened, but somehow I lost direct communication with you. Live comms don't seem to be working where you are. That should be fine, though. We can talk using this method. As long as you pick up. I'll try to leave voicemails if you can't. I've been monitoring your vitals in the system, so I'll keep you posted as you wander along. Good luck in there. Ah, these are interesting experiments. And I like that they're a lion on creativity. Also, bei dem hier fehlt was. Und ich glaub, ich hab's aus Versehen kaputt gemacht. Ähm, dann machen wir's mal so. Ja, ich hab's kaputt gemacht. Na, komm. Yes. Oh, geht das jetzt die ganze Zeit? Ähm. Ähm. Ich kann mich da nicht... Hat sich vielleicht irgendwer in den Foto oder sowas? So, wie kann ich... Oh, warte mal. Ich hab ne Idee. Ich bin mal zurück. Das war ja die Wand, die gestört hat. Ich hoffe, das funktioniert. Okay. Ähm. Ah, ich krieg's nicht genau hin. Ach, Mann. Das kann doch... Ah, das kann doch nicht wahr sein. Aber ich glaub, die Lösung geht so ein bisschen in die Richtung. Oh, es fehlt halt einfach nur so... So Mini-Mü. Komm, 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 komm. Ah, shit. Äh. Was mach ich noch mit dem blöden Ding da? Oder... Ich... Ach so. Komm ich jetzt da rüber? Jo. Ich kann hoffentlich noch... Yes. Dann kann ich jetzt hier rein schauen. Äh? Das passt immer noch nicht. Ah, jetzt. Gott sei Dank. Okay, raus hier. Dankeschön. Ah, okay. Und jetzt die richtigen Farben davor, damit's dann richtig aussieht. Okay. 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 Ja, einfach mal random Hebel drücken. Let's schon schief geht. Okay, wir haben... Saft. Okay. Hm, noch nett. Ja, ist ganz nett. Ich meine, davon aus, wir müssen hier irgendeine Eier da. Und jetzt... Fahr weg. Nice. Okay. Also, das macht wirklich, wirklich Spaß. Das gefällt mir. Ich würde sagen, eine Sache machen wir noch. Ich will jetzt jetzt noch nicht aufhören. Was der Nächste gegen den Uhrzeiger sind. Und wer sich fragt... Das Ganze kostet 27 Geld. Der Link dazu ist in der Wiederbeschreibung. Gibt's auch für... Uh, was willst du? Kamera nutzen. Das ist super, schauen. Okay. Ich habe eine Treppe. Für was brauche ich eine Treppe? Brauche ich die... Ah. Vielleicht. Komm. Yo. Eigentlich wollte ich durch den... Sucher gucken. Was? Okay. Was mache ich jetzt mit dem? Ach so. Ah. Alles klar. Okay. Drei Battalinen. Überall die Post-its. Fünf kann man nutzen. Jo. Das war's. Ah. Batterie du meinst. Die bringen wir gerade mal da hin. Nice. Boing. Ich fühle mich wie Chi-Lung, aber ich habe eine Lösung. Ich habe eine Lösung. Oh. Ich habe meine eigene Verkaufung. Ich habe meine eigene Verkaufung. Er muss wissen, was Mirren hat sich gearbeitet. Ich habe in seiner eigenen kleinen Körner geflogen. Vielleicht kann ich einen Weg finden. Das kann uns gut nachdenken. Okay, wir haben die Kamera jetzt gott kaputt gemacht, aber ich will mal sehen. Nee, da ist nichts. Hm. Wo? Wo kriege ich die andere Batterie her? Wo soll die sein? Wir haben noch eine Kamera. Hm, wo könnte das sein? Und hier habe ich jetzt... Oh, süß. Hier habe ich einfach keinen Ansatz. Ich mache ein paar Foto zu irgendwas anderem. Oh, Moment mal. Wieso? Machen wir nicht einfach ein Foto? Von der Batterie. Das müsste doch theoretisch gehen. Bist du da jetzt irgendwie drauf? Kann man nutzen. Jo. Ja, ich meine, das macht irgendwo Sinn, aber... Ja. So. Komm her. Komm, komm. Nein. Okay, nochmal anders platzieren. Komm her. Und platzieren. Niceo. Okay, wir müssen da hin irgendwie. Was? Jetzt will ich nicht aufpassen. Ähm. Nee, nicht im Ernst. Moment. Ich werde zurück. Warum soll ich das tun? Was bringt mir das? Okay, aber so komme ich dann eh nicht rein. Ich will das... Okay. Na, so komme ich nicht zu der. Was fotografierst du? Einfach nur... Einfach nur... Moment. Äh, wir machen das nochmal rückgängig. Ich nehme mal... Das ganz normale Foto, ohne dass was drauf ist. Das wiederum... Tun mal hier so machen. Wenn wir zu der Kamera da hinten kommen. Und die... Fotografiert einfach wieder eine Kamera. Oder... Hm. Wie kommen wir da hin? Von ihm beschatten... Okay, wir können dann halt einfach... Hier hat noch ein Foto. Was für was bringt... Hm. Ich komme jetzt mal wieder zurück. Ich würde gerne irgendwie da hochkommen. Aber die Frage ist nur, wie... Vor allem... Was bringt mir das... Dass ich das Teil da habe? Was ist, wie ich davon ein Foto mache? Ähm... Oh, da geht es der Pflanze nicht mehr gut. Okay, Sonne. Ich bin gerade überfragt. Okay, ähm... Ich bin gerade überfragt. Wie könnte man da hochkommen? Wir machen das mal wieder rückgängig. Weil das war ja... Eine Spielerei. Warum sollte ich dich... Hm. Hier geht es nicht... Was? Hm. Kann ich es doch nicht irgendwie nutzen, dass ich da irgendwie hochkomme? Wenn wir nochmal zum Schauen... Nee, oben ist da nichts. Wie komme ich da hoch? Hm. In der... Oh. Oh. Interessant. Aber bringt mich auch nicht weiter. Du musst auch noch ein Foto... Oh, warte mal. Es wäre eigentlich so einfach. Wow. Ich habe davon nur ein Foto machen müssen. Okay, Leute. Eins noch. Mir gefällt es wirklich. Es hat... Ja, dann. Dann gib mal rück. Tipps. Okay. Da ist ein Foto. Für eine Börterie. Lass mich raten. Da kommt nochmal... Oh. I see. Was ist, wenn wir das... So machen. Und jetzt die Perspektive. Aha. Dankeschön. Eine Sache, die ich gerne noch hätte, das wäre Sprinten. Aber das haben sie vermutlich ganz bewusst nicht drin, damit man das Ganze ein bisschen mehr auf sich wirken lässt. Oh, da ist ein Telefon. Moin. Hey, you answered! I've been trying to look ahead, but the simulation is a bit of a maze. You're the only one that can navigate it. If I were to guess, though, what remains of all their research should be scattered around you. And if I were a delicate machine that could solve climate change, I'd be deep in a lab somewhere. Anyway, I'll do my best out here. Find that machine, alright? I'm cheering you on. Ehhh... A delicate machine? Something to do with climate. Ah, that sounds familiar. Also, as Archibar can't be so good. Erinnern her. I don't think it's foolish at all. Insane ambitious. Sure. You must tell her. You know that, right? This would be soul crushing. Real bad. Not something even an artificial cat can improve. I'll talk to her, but try having a little faith. ... Ohhhhh- ... ... ... ... ... ... ... ... Oh, weil wir das da unterbrochen haben. Ähm. Moment einmal. Ne, Moment. Jetzt ein bisschen hier ein Furz. Ähm. Wir dürfen... Aber, warte mal, wie? Wie? Kriegen wir das hin, dass es heilig bleibt? Und was wir machen können, das ist das dann genau hier wieder Platz. So. Ja, natürlich. Ähm. Es ist tatsächlich nicht die Realität, wo wir das hinstellen. Moment. Wir brauchen da noch ein Foto von dem. Sondern es ist dann die Fotorealität, wo es dann weitergeht. Wenn wir hier das hier zerstören. Dankeschön. Clever. Also bitte einmal so. Dankeschön. Ach nee. Gut, dass ich das wohl noch gemacht habe. So, komm mal mit. Hallo. So, jetzt aber. Nice. Oh, jetzt sind wir wieder da. Es hat noch eins. Oh, das ist... ...zure optionale Herausforderung. Ja, dann wäre es hier fertig, ne? Komm, schließen wir das ab. Oh. Okay. Gut, dich müssen wir wieder fotografieren oder so. Etwas in der Art. Hier ist nichts. Oh, da ist die Kamera. Was mache ich mit dir? Dass ich jetzt da so ein Teil habe. Richte das Foto aus. Ich meine, ich kann da natürlich nicht draufstehen, aber... Was mache ich mit dem? Es ist halt... Oh... I see. Da hinter ist der... Hm. Ich muss es anders ausrichten. Oh, die Ausrichtung. Wie sieht das jetzt aus? Nee, ich muss es nochmal anders machen. So. Ähm... Ähm... Äh, okay. Hier ein Verwaltungsmoment. Also mal schauen. Wir haben hier... Ähm... Wie? Die Ausrichtung ist von hinten... ...so. Ähm... Und ich habe das dann mit dem... Kann ich das überhaupt richtig platzieren? Nee. Jetzt ist er nämlich da oben. Ähm... Nee, also so ganz erschließt es mir jetzt gerade nicht. Nee, jetzt steht er halt noch. Hm. Deswegen heißt es auch Herausforderung. Einfach ideal für mich. Es sieht jetzt gerade aus auf der einen Seite. Ist es auch. Aber mir bringt es halt nichts, dass das halt... Moment mal. Kamera. Zweites Foto machen. Ja, klar. Vielleicht ohne, dass ich die Kamera dabei kaputt mache. So. Und jetzt? Rechts ist von der Distanz her nicht. Geil. Jetzt vielleicht? Yes. Aber auch nicht so kompliziert denken. Mach's einfach. Nice. Cool. Wir haben es geschafft. Wir schauen jetzt mal ganz kurz... Ja, mit wie viel es noch weitergeht. Es gibt da noch... Mindestens drei Stationen, wenn man es sagt. Ja, ich weiß nicht, ob es danach halt noch weitergeht. Und wie groß die anderen da sind. Aber... Ich muss sagen... Absolut Daumen nach oben von mir... Für das Spiel. Das... Das ist richtig cool. Das hat was. Gerne euer Feedback in den Kommentaren. Und ob ihr euch das vielleicht auch holt. Und dann... Den nächsten Level erkundet. Bis dahin... Würde ich euch viel Spaß... Ein Foto machen. Ja, liebe Leute. Das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten... Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ihr ein Abo da. Und dann verpasst ihr kein Upload mehr. Bis denn dann. Euer Brabura. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.